Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal, wie ihr es schon sehen könnt, zusammen mit Max. Hi! Und ja, wir sehen uns gleich. Nachs. Falls ihr gerne die zweite Sicht sehen wollt, dann schaut auf Max' Kanal vorbei. Sollte in der Videobeschreibung sein. Ja, sein Kanal ist auch in der Videobeschreibung. Wo haben wir denn jetzt mal aufgehört? Hier ist noch ein Stein drin. Und ah ja, wir wollten unser Dach machen, genau. Ah. Haben wir nochmal Stein. Okay, da ist ein Holzlock. Oh Mist, ich hab keinen Stein mehr. Hä? Achso, die Falten sehen so aus wegen dem Pack. Deswegen, ah. Ich pass hier schon wieder nicht durch. Denn wir brauchen mehr Stein. Hübs. Kupfer! Oh, wir haben aber auch nicht mehr so viel Kohle, sehe ich. Lägt der Server? Hm. Ich glaube nicht, nee. Hey. Also bei mir, Lägt ist ein bisschen. Okay, warte. Also die Zombies lägen. Die Zombies lägen hier ein bisschen. Das kann sein. Ich gucke euch mal. Wie viel Eisen haben wir eigentlich? Ich hab ein Roheisen. Aber sonst? Hast du genug Essen? Ich hab kein Essen, außer ein verrautetes Fleisch, leider. Oh. Oh. Wir doch anstatt von... Oh, jetzt... Ich glaub, das... Ja, das Server leckt. Oh, er leckt richtig. Oh, nein. Ich hoffe, das wird gleich besser, weil... Ach, so kann man sich... So kann man ja nicht spielen. Ja. Oh. Zombie. Ich hoffe, es kommen keine Zombies durch das noch offene Fenster her. Und? Oder Creeper. Oh, da Creeper. Das wäre schlimmer. Ah, da kommst du. Oder... Ja, da kommst du. Mir fehlt genau ein Steinziegel. Wie doof ist das denn? So. Perfekt. Oh, ne. Ich glaub, es fehlen doch mehr. Wir müssen da hinten ja noch einmal rüber bauen. Ja. Ach, da ist ja unser Vordach. Ah, ein Zombie! Ich hätte mir vielleicht immer mehr Steinziegel mitnehmen sollen. Das wäre schlauer gewesen. Wir haben keine Kohle mehr, oder? Ich hab noch fünf Kohle und zwei Holzkohle. Ach so. So. Noch mehr Steinziegel. Und wir machen jetzt schon wieder drauf. So. Hier haben wir noch einen Stein und noch ein Stein. Zack. Ach. So. Neun Steinziegel. Das sollte reichen. Wie viel Sand brauchen wir noch? Also Glas. Ich kann gleich mal zählen. Moment. Ach so. Ich hab hier noch gar nicht außenrum gebaut. Sehe ich gerade. Das muss ich mal noch machen. Ja, hier haben wir doch gar keinen Rahmen. Brauchen wir noch mehr Holz. Als ich mit meinem Griff angefangen hab, dann hab ich auch immer das unterste Holz abgebaut. Jetzt mach ich das schon. Ich hab... Vor lauter Reden hab ich das jetzt in Planks umgecraftet. doch ne und leute falls ich mal so ein video machen soll Dinge die ich gemacht habe als ich mit Minecraft angefangen habe dann schreibt das mal in die Kommentare und vielleicht mache ich dann so eins sehr schön jetzt haben wir hier einen Rahmen drum und das fülle ich jetzt einfach noch mit Planks auf wie machen wir sich eigentlich Laternen? äh mit Eisen-Nuggets und Fackeln ah stimmt ja aber Laternen sehen auch hübscher aus ja auch hier ist Glas sehr gut das verbaue ich gleich mal hier an unsere äh Wand hm wie machen wir? ich denke wir bauen hier so oder? ja ups aber ein bisschen mehr Eisen wäre wirklich gut war ich 22 cent? ach schon wieder nur mehr Kupfer oder Kohle ich würde mich sogar über Kohle freuen an so eine Hülle gehen aber bitte nicht die ganze Zeit nur Kupfer von Kupfer habe ich jetzt so langsam echt genug ach und wie ihr vielleicht schon gehört habt ich höre mich bei Max nicht mehr selber jaaa ab dem Punkt höre ich Max nicht mehr aber er hört mich noch ach mein Spitzack ist kaputt brauchen wir denn auch eine zweite Etage? oder nicht? ja brauchen wir ach es ist Tag ach es ist Tag oh hier ist schon zu ihr hört Max noch da ich nur an meinen Kopfhörern die Lautstärke auf Null gestellt habe natürlich aus Versehen soll ich hier mal Fässer hin platzieren weil ich hab Fässer obwohl hier ist ja Ausguck deswegen noch hier ein Fässer ja da wäre auch gut gewesen wir könnten hier Fässer ins Dach einarbeiten das wäre ja geil was hältst du davon wenn wir die Fässer einfach hier so ins ins Dach so rein bauen ja doch siehts nice aus ok cool ja ach ja und Max weiß hier auch noch nicht dass ich ihn nicht höre hallo bist du noch da? ja ok wir hatten jetzt gerade technische Probleme das wisst ihr mittlerweile auch XD äh äh deswegen habt ihr jetzt gerade diesen Cut gesehen es geht jetzt einfach weiter wie als wäre nichts gewesen äh was ich inzwischen gemacht habe ich hab hier Fässer hingetan ja können wir dieses Glas auch noch irgendwo hinpacken hier? Moment ich mach mal eine neue Spitzhacke hm also dann in das nächste Zimmer wäre das bestimmt sehr gut ja so ich tu die ich tu jetzt die meisten Sachen erstmal hier rein da können wir ja hier Tools oder so rein tun und hier so naturmäßig sehr gut mach ich mal noch mehr Fässer wie fandest du jetzt eigentlich die Idee? jetzt höre ich dich ja wieder äh welche Idee? achso die achso die ja ich fand die gut das ist doch super dann haben wir jetzt schon mal die erste Lösung irgendwie Sachen zu verstauen sehr gut jetzt haben wir einiges schon sortiert und Minecraft es ist halt einfach ein schönes Spiel können wir noch Stairs sein oder? mit Treppen können wir ja ein Dach bauen ja das ist eine geile Idee das ist eine sehr geile Idee ich mach noch mehr Stairs warte hier hab ich noch Steinsiegel hier hab ich normale Steine hier kann ich mal Koppel rein tun dann baue ich hier so ein bisschen den Rand oh dann ich hab ne Stufe jetzt unten dran platziert jetzt komm ich nicht da dran so was machen wir jetzt hier? so hier mhm einfach so ja doch ich glaub das hier könnte ein richtig schönes Haus werden aber wie aus so ner einfachen Welt die man eigentlich nur im Stream spielt ein Projekt werden kann ist schon irgendwie cool mhm könnten noch ne zweite Etage bauen ja ne zweite Etage auf jeden Fall das ist ne geile Idee dann haben wir hier jetzt auch direkt den Boden das ist cool ich glaub ich baue hier ne Treppe so hoch dann ist die Falte so unter der Treppe oder so keine Ahnung äh Holz Holz ist hier mit und dann geht's do und dann geht's um einen das ist ja Sieht das gut aus? Ja, es sieht doch gut aus. Und hier unten kann man dann immer in die Mine, um sich mehr Steine zu holen oder Ärzte zu fahren. Das können wir dann auch noch schön ausbauen oder so. Oder es ist einfach der Keller. Ja, das können wir auch noch anders machen, den Keller dann. Ja, so sieht das schon besser aus. Ich hatte in einem meiner Häuser das ohne so Dinger und ohne diese anderen Stairs sieht das irgendwie doof aus, glaube ich. Wir konnten auch noch besser hin. Ja. Da könnte ein Fasseln, ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das gut ausseht, wenn hier dann die Lüge ist. Obwohl, wenn man dann das zubaut, vielleicht... Ach, mal schauen. So, Stein ist hier. Dann tue ich es da mal rein. Dann Holz für die... Oh, es wird Nacht und wir haben kein Bett. Ich habe aber sieben Wolle. Ah, super. Dann machen wir uns noch zwei Betten. Ich mache die Tür zu, dann kommt kein Monster rein. So, Holz? Äh, ja, Holz habe ich. So, Leute. Das war's dann auch mit der ersten Folge von, äh, Max und meinem Projekt. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und ein kostenloses Abo bei beiden Kanälen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Falls ihr die andere Sicht sehen wollt, schaut bei Max vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, bye!